Hallo Leute und herzlich willkommen zu BlurWitch. Ihr seht die Kamera ist immer auf der anderen Seite, weil sonst würdet ihr immer nicht das sehen, was hier auf der Kamera unten ist und deswegen, ja, ist die Kamera jetzt hier. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Heute werden wir gucken, was sind die da hinter dieser Tür ist. Ich, ja, Peter, ja. Hallo? Hey, wieso redet jetzt die Dings hier denn mit mir? Er ist doch beschworen. Was passiert hier überhaupt, ey? Die Wände reparieren sich irgendwie von selbst. Hey, das ist hell. Eigentlich will ich jetzt umgehen und wieder zurückholen. Ziga, es lädt auch gerade. Immer noch mal. Immer noch Happy Ending. Rieftaschen, oder? Oh, wie in der Braten, Alter. Okay. Hä? Oh, gut. Hä, wieso lädt das immer wieder? Hä? Das ist die Hölle. Also, seht ihr das? Angenehm, sag ich mal. Jetzt ist hier jemand anderes auf das. Oh, was? Okay. Okay. Ich setze einfach das Auto. Okay. Ähm. Ich muss. Leute, was war los? Careful. Don't look. Don't look. Wir schauen besser auf den Boden. Are you a good man, Alice? Ich weiß ja nicht, Alice hat schon mal irgendwas gemacht. Wir haben aber hier schon mal einen... Alles klar, mein Weg. Wir folgen dem einfach. Mehr gucken nicht hoch, links nicht rechts. Toll, wir sollen jetzt hier durchkommen. Oh, ganz ruhig, geh schon weg. Jetzt weiß ich dich hier gar nicht, ey. Alter, was geht mit der Kamera ab? Wir suchen hier irgendwie rauszukommen, Alter. Alter. Was tun, was soll das? Ich kann ihn ja gar nicht antworten, das ist ja richtig, also... Haben wir nicht hier Bullitt aufgenommen? Was ist das hier auch gern? Ist das schon mal aufgefallen, dass hier in der Mitte einfach dieses Zeichen von... Äh, halt von der Rutsch. Also diese Sachen, die sich die ganze Zeit aufhängt. Das war ein... Das waren... Das waren sie für wir. Und deswegen werden wir vor allem so geratet, weil wir wahrscheinlich... den Jungen da erschroessen haben. Ähm... Hallo? Hm, bist du freundlich? Warte. 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 Hm. Was ist mit euch los? Alter, was zur Hölle? Hä? Wie da draußen geht zur Hölle ab? Wer riecht die überhaupt mit mir? Ich verstehe halt auch nicht. Oh, jetzt wieder eine Spur. Was soll jetzt das... Was soll jetzt das... Was soll jetzt das... Mit dem Krieg schon wieder... Also... Alter. Okay... Ist das vielleicht so wie auf eine Art... Will uns die Hexe oder der Zauber oder was ist, will der uns bestrafen, weil wir, weil wir, weil wir, weil wir schon mal jemanden in den Augen gebracht haben? Ist das unsere Strafe? Ist das... Oh. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Dann bleibt das Ding hier. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Typ, ach Mann. Stimmt, wir sind wieder hier. Neu. Irgendwie reißen wir ja nochmal das Ganze. Ich würde auch ganz gerne mal wieder Bullet hören oder zumindest sehen. Jetzt sind wir hier. Da vorne kracht doch jetzt. Ah, hier ist schon eine Krachtlein. Wieso kommt Blut aus dem Stuhl? Müssen wir ja nochmal zurück. Okay Leute, das war's mit Blair Witch. Wir verbleiben hier in diesem Raum. In der nächsten Folge werden wir weiterspielen und sich halt einfach sehr, sehr verwirren und ich frage mich halt auch die Story von dem Ganzen. Also langsam wissen wir halt schon relativ viel, aber ich kann mir noch nicht so einen richtigen Reim draus machen. Ähm. Wir werden sehen wie es weitergeht mit Blair Witch. Ähm. Das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020